moin leute und willkommen zu einer weiteren folge minecraft so und in dieser folge werden wir das haus weiter bauen und ich brauche essen so ok let's go ich werde diesmal den boden bisschen bauen und illuminati pet rupee shovel vielleicht hat der bello ein ich weiß nicht okay du musst doch übrigens den raum hier einrichten du musst deinen raum hier einrichten du hast ein extra raum bekommen was ist das jetzt schon wieder hier frisst matbolts hast du matbolts und was habe ich bekommen die right fest cabinet das pack ich am besten mal hier hin ich glaube da sieht das gut aus so zack 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 ich habe hier noch was hinzugefügt ein kitzchen nein bello weg von dem ding das ist immer noch gefährlich also das müssen wir wirklich aufpassen ich weiß gar nicht ob das überhaupt gefährlich ist aber es sieht halt aber gefährlich aus deswegen habe ich erstmal hinter glas gepackt so schlägt es vielleicht noch mithelfen bello oder eher nicht so aua 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 was ist bello kannst du jetzt schon weiter schreiben oder stimmt stimmt kann er weiter schreiben ma ma ja er hat diesmal first try ma geschrieben vielleicht vielleicht schafft er auch ein max ein max das wäre schon krass das wäre schon mein ganzer name zwar nicht dein aber es wäre schon schreibt mal los schreibt nein das ist kein schreiben bello schrei und bello bello und ma aber aber klein geschrieben ich darf weg bello so ist doch schon mal ganz schick zwar jetzt nicht warte ich mach mal hier wer seid hier wer seid hier oh gott hallo ey stopp 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 was wollen sie hier auf welchen planeten kommt hier erde was erde erde das hier nicht erde ok stopp 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 was wollen sie von uns es ist so lange her die aliens haben meinen planeten eingenommen es ist so sehr viel passiert ihr seid wirklich keine aliens nein was nein hä scheiße ich mach deine augen ja ok stopp 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 als erstes woher kommen sie ihr seid meine nachbarn ich dachte ihr werdet aliens ich dachte ihr habt mich gefunden ähm nein als erstes woher kommen sie also sind sie in der nähe oder sowas sehr verdächtig aus ja bitte nicht meinen hund beachten das kommt vor wie ein alien ist aber nicht ich komme vom mond ich wurde von der erde auf eine mond expedition geschickt auf dem weg zum mond wurde ich aber abgefangen von aliens mein raumschiff ist abgestürzt und die aliens waren nach der suche auf mir ja okay aber wir sind doch gerade auf der arde warum fahren sie aus welchen planeten gekommen ja es kann sein dass ihr aliens seid aber wir bauen hier einfach nur schön wir bauen hier einfach nur ein schönes Haus in welcher dimension sind wir denn gelandert ja ich weiß auch nicht irgendwie kurze frage wovon handelt dieser planet eigentlich ist das einfach simpel also dieses universum ist das einfach simpel oder nein ich habe eine rakete gebaut und bin auf dem mond geflogen und um die aliens zu erforschen aber sie waren nicht glücklich darüber und haben mein schiff abgefangen und wurde auf die erde bin ich runter geflogen oh und mein schiff ist zerstört das tut mir leid für sie ja und dabei ist mein kopf sehr 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 gegen den boden geknallt und deswegen habe ich einige tics okay die tics wären einer davon ja dinge abzubauen vielleicht jetzt nicht mein haus kaputt machen wohnen sie hier oder da sind sie also haben sie ich habe meinen bunker da aufgeschlagen wollen sie es sehen ja gerne gerne ja holen sie mit bitte nicht alles nein bitte warte oh mein gott der ist ja jetzt schon nervig hoffentlich bleibt er nicht hier kommen sie hier ja was bitte etwas weiter weg bitte weit weg oh ne hier hm wir konnten das dann vorher nicht sehen hier weiß ich auch nicht doch das war vorher zugebaut das ist das was ich erforschen muss und die aliens haben mir keine antwort ähm ich wollte eine antwort von den aliens was das hier ist ähm Martin das sieht uns so ähnlich aus stimmt das haben wir auch so ähnlich aber ich glaube es hat komm komm wie meinen sie das sie haben das so ähnlich komm 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 fa komm 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 Stimmt. Wenn ihr das wirklich nicht geklaut habt, dann ist hier irgendwo auf dem Planet ein Alien unterwegs und hat das hier verloren. Also ich hab's aus einem Illuminati-Pad bekommen. Das ist jetzt irgendwie Zufall gewesen. Was ist das? Das will ich jetzt nicht abgeben, da kriegst du ein random Item durch. Irgendwie was ganz Zufälliges. Das kenn ich nicht. Merkt man. Ich lasse sie weiter hier hausen. Ich richte mich weiter ein. Und wenn sie Aliens sehen, sagen sie mir Bescheid. Wie sehen Aliens aus? Nicht wie Menschen. Oh, okay. Oh, ja, ähm. Nicht wie Menschen. Der war mir suspekt. Der ist, achso, was? Ja, ähm, ähm. Okay. Ich frag einfach mal gar nicht nach. Ähm, und der ist jetzt unser Nachbar. Ähm. Oh Gott. Ja, und der soll jetzt unser Nachbar sein. Wow. Das Ding ist, warum haben wir nicht einfach so nette Nachbarn? Okay, also, äh, okay. Ey, bitte wird das jetzt nicht so wie... Ich hoffe, es wird jetzt nicht wie Theo enden. Hoffe ich auch nicht. Das wäre schlimm. Wenn das jetzt... Oh, ah, okay. Ich will gleich mal kurz vor ihm vorbeigucken. Und er kennt sich ja scheinbar irgendwie mit Waffen aus. Ich will fragen, ob er sich mit meiner... Mit dieser... Wo ist die? Mit der Gauze Rifle auskennt. Ob er da irgendwie Munition für hat. Der Prank musste sein. Wilder Prank. Ich will wissen, ob der da irgendwie Munition für hat oder so. Okay. So. Sack. Blimei-Pad ready. TV-Remote? Okay. Äh. Da ist vielleicht ein Router für den, äh, 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 ja. Für den Fernseher von Bello. Genau, genau. Aber das stimmt, den kann ich da... Warte, ich bring den Markus bei Bello vorbei. Warte. Falsch. Oh. Upsi. Warte, hier. Hier, Bello. Alles gut zum Geburtstag. Okay. Boah, der sieht aber schick aus, oder? Maxin, guck mal, sei ehrlich. Hallo. Hallo, hallo. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Oh. Ja, hallo. Ja. Habt ihr schon Aliens gesehen? Nein. Okay. Ändert euch nicht wie Menschen. Nicht wie Menschen. Als erstes, stopp, 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 stopp. Wir müssen eine Sache klarstellen. Hören sie auf, irgendwelche Panik zu verbreiten und fragen sie nicht alle fünf Minuten nach irgendwelchen Aliens, ja? Wollen sie, dass der Weltuntergang geschieht? Wollen sie das? Wollen sie das? Ich hab... Stopp, 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 stopp. Ich habe kein einziges Mal in meinen ganzen Galaxiereisen oder Dimensionsreisen ein Alien gesehen, okay? Kein einziges Mal. Ich hab da mal ne Frage. Werden sie eins sehen? Und sie werden es schmecken. Schme... Es wird sie zerstören. Sie werden sich wünschen, es gesehen haben zu haben. Ich hab eine Frage, Mr. Professor. Ja. Haben sie schon mal Drogen zur Beruhigung genommen? Ähm. Ich würd jetzt keinem... Ich würd's ihm raten. Stopp, stopp, stopp. Du kannst ihm nicht Drogen geben. Junge, ey, du siehst doch, wie verrückt er schon ist. Ich glaube, er ist schon auf Drogen. Wenn ihr Hund nicht aufhört, die ganze Zeit irgendwelche Laser-Sachen abzuschießen, dann werde ich ihren Hund töten, ihn wegkommen und dafür sorgen, dass sie ihn nie finden. Nein, 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 also... Nein, 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 stopp. Die Bananen sind Pflicht. Printer. Okay, stopp, stopp, stopp. Ich hab... Ich hab ne generelle... Okay, ich hab ne kurze Frage. Sie sehen diese Waffe, richtig? Ach, du Scheiße. Wo hast du dieses Sniper-Laser? Das ist ne Ghost Rifle. Haben sie vielleicht Ghost Rifle Slugs oder Energy Cell? Haben sie das? Hm. Energy Cells? Ja. Die hier, meinen sie? Oh. Äh, perfekt, ja. Dafür könnte ich ihnen diese Eden-Fragmente da anbieten. Könnte ich bei Ihnen ne Waffe kaufen? Oh. Sie wollen ne Waffe, mit der sie nicht umgehen können? Ich kann ne Waffe umgehen. Ist Ihnen immer eine scheiß Laser-Waffe? Sie können... Ich, ich, ich... Well, du könntest was eventuell mit, äh, diesen Blöcken, mit diesen Steinblöcken hier tarnen. Oder eventuell so ne, so ne, so ne Ghost-Tür. Ähm. Das geht nicht so ganz. Ach, ach so. Warte, Ghost... Long. Ah, das ist mit... Add Secret. Brauchst du ne Ghost-Tür. Hier. Ich brauch Farbe. Hm. Wie, wie, wieder kann ich die Waffen nachladen? Wie meinst du? Achso, die, keine Ahnung. Wie kann ich die Waffen nachladen? Oh Gott. Hilfe. Weg mit dir. Ich hab keine Molistion für sie, leider. Ja, also Bälle scheinbar auch nicht. Ah, Cactus Green. Ja, das hätte ich für letzte Folge gebraucht. Toll. Okay. Dann suche ich mal eben acht von diesen Blümchen. Ich glaube, Platin. Hm. Wir sollten eine Mode-Expedition starten. Ich will wissen, was der Mann von den Aliens geredet hat. Ich will wissen, was der gemeint hat. Ich kann, ich kann nicht verstehen, wenn du das möchtest. Aber, ich, ich... Wenn du kurz Add Galacticraft eingibst, ne, da rechts bei dieser Suchleiste, du wirst sofort verstehen, warum das schwer ist. Warum wir das eher nicht machen können. Wie? Galacticraft? Add Galacticraft, ja. Such einfach unten. Warte, ich kann's ja gleich nochmal bei mir zeigen. Und zwar... Ich muss ja mal kurz dafür regenerieren. Warte, ich muss mich irgendwie heilen. So. Vorne war ja irgendwie S noch in dem Teil. In dem Ofen. Wo war das? Ah, ich hier. Okay, und zwar... Was ist das denn? Ach, keine Ahnung. Und zwar... Hilfe. Bello, Bello, Bello. Aua. Und zwar ist hier Escalacti... Aua, ich bin auf einem Herz, Bello. Dankeschön. Macht die Rolle eigentlich viel Schaden, als ich das ausprobieren? Stieß einmal. Halbes Herz. Ist jetzt nicht so krass, aber... Okay, stopp, Bello. Ich möchte jetzt einmal kurz was zeigen. Hier. Tier 1 Rocket wäre am einfachsten. Ich kann auch Tier 2 einfach zeigen. So, hier. Das macht man aus dieser Heavy Dude Plate. Der Rest ist genauso schwer. Aber wir gucken erstmal Heavy Dude Plate. Das machen wir aus dem hier. Aus drei von dieser Art. Dazu braucht man natürlich den Compressor und den Electric Compressor. Dann macht man, weil ich hier... Diesen Compressor machen wir aus dem Ding. Basic Wafer. Da braucht man Raw Silicon, Diamanten, Redstone, Redstone Torch für. Dafür braucht man Circuit Fabricator. Den macht man dann aus Aluminium und dann aus Aluminium Wire. Später machen. Ja. Das Ding ist echt... Oh Gott. Das Ding ist echt ein bisschen komisch. Ich habe auch keine Ahnung, was das macht. Also, ich habe auch keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Ich würde gerne aber auch an die Laserfarben, so wie du. Mich interessiert das so stark. An die was? Ich würde auf Alienjagd gehen. Ich würde auch gerne da irgendwie mich weiter erkundigen, aber ich... Ich glaube, mit so einer Waffe schaffe ich das nicht. Ja. Er hat P geschafft. P? Okay. Schaffst du noch... Platin. Okay. Vielleicht kann er ja irgendwann meinen Namen schreiben. Das wäre cool. Meinen Namen kann er schon besser schreiben, glaube ich. Ja, das stimmt. Wir haben jetzt einen Printer. Was ist das denn? Es ist weg. Oh, bitte nicht alles aufessen. Was ist das denn? Aber das ist irgendein... Keine Ahnung. Seine... Ja, ähm... Seine... Ja. Wir betonen es mal nicht weiter. So, dann wird jetzt hier Farbe gecraftet. Geht das so? Wie ging das? Wie ging das? Ich weiß nicht... War es nicht mit Paper? Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, bleib stehen. Kurz. Mit Clay. Ne, wie ging das genau? Mit Sand eventuell auch noch. Geht das mit Dirt? So. Ja, geht auch. Camouflage-Pace. Mach ich so. Ähm... Maxim. Maxim. Ja, ja. Mister! Nein, 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 nein. Nicht abschießen, nicht abschießen. Pass auf. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Nicht abschießen. Sorry. Wir wollen keinen Stress mit ihm, okay? Er ist mir aber ein bisschen komisch. Mir auch, aber... Ich will keinen Stress mit ihm anfangen. Wie mache ich denn das Secret Door? Ich kriege das nicht. Oh! Ach, du heiliger Bello. Bello hat irgendwas genommen. Was ist gut bei dir? Ich bin hier erschrecken. Ähm... Geh. Pass auf, du, weil... Er kann uns noch von Nutzen sein, weil eventuell zum... Sagen Sie Ihrem Freund, wenn er mich noch einmal abschießt, werde ich ihn auf den Mond schicken und ihn davon den Aliens auffressen lassen. Ja, ich hab's verstanden. Oh Gott. Ich hab also eine echt geile Chess-Pack gefunden. Die hier. Sieht aber cool aus. Ah, komm, sei ehrlich. Die sieht ganz cool aus, muss man sagen. Ich kann sogar schießen, während ich das Schild halte. Nice. Hallo? Oh Gott. Ich glaub, Bello geht's nicht so gut. Ich glaub, der hat ein bisschen zu viel geraten. Hat der Drucker dir nicht so gut geschmeckt? Ähm. Er hat mit Zucker gedroppt. Pass auf bei dem Ding. Er hat einen Zucker-Schock! Ich glaub auch. Ähm. Machen wir es nur mit dieser Art von Tür. Tatsächlich, als ob es nur mit dieser Art von Tür geht. Wir haben genau das falsche Holz dafür. Nice. Ähm. Ja, ich will lassen ihn mal in Ruhe. Angst vor dem Wissenschaftler. Aber irgendwie kann er uns auch... Das Ding ist, der Wissenschaftler ist komisch. Ich geb's zu. Aber ganz ehrlich, wir können halt noch viel von ihm lernen. Außerdem hat er Ahnung von Mondreisen und sowas. Und er hat Ahnung von Waffen. Ja. Ja. Was ist das Wichtigste? Was ist... Hm? Ähm. Ja, der möchte uns, glaub ich, was zeigen. Was ist denn? Hä? Wollen wir mal reinschauen? Okay, das mal machen. Kaum schon. Ähm. Oh! Scheiße! Ach, ihr seid es. Ihr habt ein Haus demoliert. Nein, das war nicht extra. Das war... Wir wollten nur... Wir wollten renovieren. Ja, ja, wir wollten renovieren. Wir dachten, wir machen hier ein schönes... Wollt ihr mich ausspionieren? Nein, 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 nein. Nein, wir wollten renovieren. Stopp. Wir wollten hier ein schönes Fenster hinmachen. Damit wir... Packen Sie... Für eine schönere Nachbarschaft. Für eine schönere Nachbarschaft. Mein Leben steht auf dem Spiel. Ist das schön? Ist das schön? Nein, 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 nein. Aber für eine... Für eine gemeinsame Nachbarschaft. Dass wir hier alles so... Oh Gott. Hört auf zu schießen. Ich interessiert dieses Ding hier. Ja, stimmt. Wir haben es bekommen. Fassen Sie es an und Sie sind tot. Wir haben es bekommen. Wortwörtlich oder... Töten Sie uns oder das Ding? Ich töte Sie. Das Ding wird mich in dieses Teil reißen. Ich werde sterben. Aber... Sie haben es doch gestohlen. Warum? Das werden Sie nie erfahren. Nie. Erst wenn ich in Vertrauen kann. Sie können mir vertrauen. Wir sind Schießkompaden. Ähm. Ich schieße Sie ja, du schieße Sie mich aus. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Ich schieße dich, aber du hörst auf, so komische Fragen zu stellen. Vielleicht bis hier in Alien. Ich will es ja wissen, was ich mache hier. Ich will nur wissen, wofür ich sie schwindet aus. Dein Kumpel kann hierbleiben, aber du kannst verschwinden. Ja, du pack wieder hin. Weil sie sich fragen, was das hier ist. Das ist eine Kamera für Demos. Sie stellen es drauf und sie können sehen, was da im Moment ist. Ja, RIP Kamera. Verschwinden wie vor meinem Haus. Geh weg, 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 weg. Ihr Freund kann... Sie können gerne hierbleiben, aber ihr Freund, wenn du noch einmal hier... Moin, Leute, schweiß ich dir. Okay, Bello, 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 komm mit, Bello, komm mit. Weg. Da sind diese Blöcke, ich habe die gerade irgendwie nicht aufgesammelt. Oh mein Gott. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Sie können hier hin, aber wenn ihr Freund hier hingeht, ist er tot. Okay, oh mein Gott. Warum vertraut ihr mir? Ich habe auch nichts. Ich habe da auch damit eingebrochen. Aber ich sage nicht nein. Okay. Okay, wir machen mal hier eine Tür hin. Ich weiß nicht, ob das funktioniert mit dieser Secret Door. Tatsächlich. Es funktioniert. Ey, ist auch gut. Okay, können wir hier... Eventuell. Zack und zack. Wenn ich hier Secret Teile... Da packe ich meine Waffe hin. Ich weiß halt nicht, was das alles macht. So, also... Haben wir irgendwas Wichtiges? Irgendwas Verbotenes? Außer das Ding. Glaubt sonst an sich ist alles gut. Okay. Ich glaube nur diese Rifle sollten wir da reinpacken. Ach, und diese Rüstung. Die sieht nämlich irgendwie krass aus. Die packen wir mal hier da hin. Wir halten das mal ein bisschen. Oh! Zwölf Damage? Okay, danke Illuminati Pet. Oh, Happy Cannon. Wie schießt man das? Kämpfen die da gerade drüben? Ist das eine Cannon? Ammo-Kaktus. Wait, was? Kann man das irgendwie dann auch aufsammeln? Oh. Ach so, das ist keine Schlagwaffe. Perfekt. Okay. Kann man aber trotzdem behalten. Oh Gott, was machen die da? Was habt ihr gemacht? Oh mein Gott, was habt ihr gemacht? Wir haben uns unterhalten. Ich hab mich mit dem Professor ausgesprochen. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja. Ich wollte fragen. Bist du ein Alien? Nein, das ist ein Pet. Das ist mein Little Pony. Ja, ja. Hatten sie keine Kindheit? Wo sie ihre Kindheit hat. Hab ich Laserwaffen gebaut. Hab für die Regierung gearbeitet. Was hast du gemacht? Was ist deine Ausrede? Was? Ich hab mehrere Galaxien besucht. Ich bin in der Zeit gereist. Ich hab Magie studiert. Und ich hab zwei mächtige... Und ich hab einen mächtigen Magier besiegt. Was sagst du jetzt? Darf ich ihr eigentlich Raketen abfeuern? Nein, 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 nein. Gehen sie raus, gehen sie raus. Außen, außen. Ja, okay, werfen sie nach draußen. Nein. Raus. Drei, zwei, eins, Schuss. Sie haben hier nichts zu befehlen. Sie sind gestimmt. Was haben Sie geleistet? Nichts, nichts. Nein, 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 Bello, Bello, Bello. Bello, du zündest mein Haus an. Bello, du zündest mein Haus an. Und Bello hat ihn auch besiegt. Stopp, aua. Bello, du zündest gerade unser Haus an. Was hab ich denn jetzt gemacht? Warum würd ich angeschossen? Könnt ihr vielleicht so... Ach, ich hab übrigens ein kleines... Ich hab ein kleines Willkommensgeschenk an sie. Das Ding hier. Oh. Was ist das denn? Das letzte Teil. De... Geben Sie mir... Gib mir das. Ihr Hund wird gleich sterben, wenn ihr mir das sofort das Ding geben könnt. Sie können's vergessen, er hat's gegessen. Ich werd dich aufschlitzen, wenn deine Eltern schlafen gehen. Und du wirst ihn dir wünschen, niemals geliebt soll. Ich glaub, der hat keine Eltern. Haben wir's hier verstanden? Kost, die scheißt wieder aus. Oder scheißt hier aus. Ähm. Sie können gerne schlafen gehen, wenn sie möchten. Mhm. Okay. Es ist schon Nacht, Leute. Es ist ganz kuschelig. Ähm. Ach. Ähm. Ich gehe. Bello? Bello, ich gehe. Ein... Was ist denn passiert? Wegen dem... Warum hast du das gegessen? Stopp, nein, 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 nein. Er ist... Er... Ich glaub... Ich glaub, er ist sauer wegen dem... Wegen dem Professor. Ich glaub, er hat Angst. Ich... Ich glaub, auch. Bello, wollen wir ihn in einem Besuch abfassen? Nein, 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 stopp, 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 stopp. Mit dem machen wir keinen Stress, ja? Er hat Waffen, aber ich hab Schwerte. Ach, Junge. Er kommt wieder. Aber ich möchte immer noch das Teil zurückhaben. Sie haben unseren Hund verärgert. Was sollte das? Ich bin bereit, um ihn aufzuschützen. Darf ich? Oder? Das können Sie vergessen. Dann will ich das erneut haben. Aber es ist ja Ihr Geschenk. Sie machen damit, was Sie wollen. Ich würd's gern wiederhaben. Ich hab's leider nicht mehr. Mein Hund hat gegessen. Und damit müssen Sie klarkommen, ja? Dann eben nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Bello. Hören Sie auf das so abwertend zu betonen, ja? Okay, wir haben's verstanden. Du tust ein bisschen weiter, Bello, pass auf! Nein, 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 nein. Bello, bitte, pass auf mit diesem Flammenwerfer. Dann würd ich sagen, war's das für die heutige Folge. Und wenn sie euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Und lasst ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Aktiviert die Glocke, um ganz ehrlich nichts mehr zu verpassen. Und ich würd sagen, habt noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge und... Pfff! Ciao!